Bestseller-Autorin Via Kaiser auf Besuch bei Rapide. Die glühende Grün-Weiße hat zum Training gleich mehrere handsignierte Exemplare ihrer Romane Blasmusik-Pop und Makarionisi mitgebracht, um sie der Mannschaft zu übergeben. Ich habe zum Beispiel für unseren lieben Trainer für Soki geschrieben, einen dermaßen heldenhaften Trainer, dass noch Bücher geschrieben werden. Da bin ich mir sicher. Also ich glaube, bei Soki wird es noch viele Bücher geben und ich habe das sogar mit ganzem Körpereinsatz. Ich habe alles natürlich auf Grün signiert und dann ist der Stift ausgelaufen und jetzt bin ich überall grün. Aber was will man denn sonst sein als Grün-Weiß? Dass Grün-Weiß und Literatur ein super Team abgeben, ist zum Beispiel für Kapitän Steffen Hoffmann eine klare Sache. Ja, ich freue mich, dass jeder von uns zwei neue Bücher hat und wir sind jetzt viel in Hotels unterwegs und da hat man genug Zeit auch zum Lesen. Dass Veja Kaiser auch einmal einen Roman über ihren Lieblingsverein schreibt, liegt doch auf der Hand, oder? Ich sage immer so, es ist ganz schwierig, wenn du über das schreibst, was dich am allermeisten begeistert, weil dann sind meistens die Adjektive so euphorisch, dass es eigentlich keine gute Literatur ist. Aber ich glaube, irgendwann, wenn ich dann genug Coolness und Klarheit habe, wenn Rapid Meister und UEFA Cup Sieger ist und ich einfach so happy bin, dass ich jetzt gar nicht mehr groß euphorisch rumtanzen muss, dann werde ich sicher auch mal ein Buch schreiben, in dem Rapid vorkommt. Ich sage einfach nur mal eins, bitte tut es euch nicht weh. Das ist immer das, was ich mir gerade wünsche und ansonsten einfach so toll zu bezahlen weiterhin. Wie gesagt, ich glaube, ihr werdet mir sehr, sehr viel unterwegs sein und zwar quer durch Europa und mit dem her freue ich mich, wenn ich den Geist begleiten darf. Jetzt bitte aufgepasst, eine Überraschung hat Veja Kaiser nämlich auch euch zu Hause mitgebracht. Ich bin ja auch seit, ich weiß nicht, ich glaube, seit ich denken kann, ganz, ganz großer Rapid-Fan und freue mich sehr, dass wir heute ein ganz besonderes Gewinnspiel in der Rapid-Viertelstunde haben. Und zwar verlosen wir ein Exemplar meines neuen Romans, signiert nicht nur von mir, sondern vom gesamten Team. Die Gewinnfrage, welcher deutsche Verein spielt in Veja Kaisers Roman Blasmusikpop eine tragende Rolle? Einfach auf die W24-Facebook-Seite gehen, mitspielen und mit etwas Glück gewinnen. Vielen Dank.